Hallo meine Pokofreunde und willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies In dieser Folge werden wir hoffentlich oder wahrscheinlich die Nacht überqueren können Ich nehme mal alle los zu den und kriegen dafür hier den Unheitspilz Der soll einen großen Krater heranlassen, was das scheiß weiß ich noch nicht Ich habe auch nicht die Folgen, also wie gesagt ich nehme immer Sessions auf Oder mehr oder weniger wie man sagen will Und da ist es so, dass ich jetzt Also nach der dritten Folge habe ich die Session aufgehört Das ist eine neue Session Den ich jetzt mittlerweile glaube ich die zweite oder dritte Folge aufnehme Weiß nicht mehr Die dritte Und deshalb kann ich bis jetzt noch nicht genau lesen, was ihr geschrieben habt in den Kommentaren Aber ich werde jetzt, falls irgendwas wichtiges ist Ich werde es auf jeden Fall demnächst erwähnen Und ähm So, gib her Zack So Okay Okay, da kommt einer Okay Wir sind jetzt hier Ah, wir sind schon bei der neunten Ich dachte wir werden bei der achten Ja, dann werden wir es heute auf jeden Fall schaffen Das heißt nach dieser Welle, das sind zwei Wellen hier Kommt dann ein Minispiel Boss Da freue ich mich schon drauf Weil die Minispiele machen so viel Spaß Die kann man auch, wenn man die gespielt hat Auch einfach so spielen So Spaß Oder für Achievement Oder für sonst irgendwas Yay Das ist doch cool Okay Das sollte reichen Brains Brains Ja genau Du mich auch mit deinen Brains So, nicht rausklicken So Ich stelle das mal so ein Hoffentlich kriege ich ja nicht raus Wenn ich so habe Kommt noch ein Zombie Ich weiß, dass die letzten Folgen jetzt nicht so lange waren Aber Ich weiß halt Ich will jetzt nicht die Folge über lange machen Vor allem bei so einem Spiel Möchte ich nicht viel zu lange machen Kann zwar manchmal sein Aber ich möchte es halt nicht So und jetzt machen wir hier nochmal ein paar Sniper rein Hier zum Beispiel können wir ein Sniper rein tun Und wir dann verschickt Oder verschickt die sich jetzt Pass mal seh, ob sie sich hier schon Okay, nee Er ist schon gestorben vorher Dann sitzt wir da nochmal ein Sniper hin Und soweit ich weiß War es auch so Dass nicht die Pflanzen In der Nacht schlafen Sondern die Pilze schlafen am Tag Das heißt Die Pilze kann man nur in der Nacht benutzen Und am Tag nicht So war das Hat mir der Weichchen gesagt Danke, Weichchen Ich weiß, du magst Pilze Ich mag auch Okay Okay Ah Da setzen wir hier mal hin Weil das nervt mich jetzt, dass da was ist Das war weg Oh Manni Juhu Da braucht schon ne Walnuss Pff Wird überbewertet So ne Walnuss Und dann kannst du hier noch einen kleinen Manni Na, fliehen halt Schnell 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 So, ich bin noch mal ein Krapf-Racer Zack 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 Vielleicht die Reihe nochmal voll im Film mit denen hier Und wenn ich mal gleich mal gucken, wenn die große Welle kommt, was wir hier mit machen können Das weiß ich jetzt auch nicht Aber ich will jetzt eigentlich in dem, als wir alle zu Pflanzen zeigen, die es gibt Ich weiß nicht, wie das mit denen, mit den anderen müssen dann freischalten Muss man mal schauen Ich glaube, später im Spiel kriegt man auch gar nichts mehr, wenn man es geschafft hat Kann das sein, ich weiß es nicht Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das überhaupt stimmt mit den 8 bis 10 Tage, äh, mit 8 bis 10 hier bei Leserzahl Ich glaube, mittlerweile sogar gar nicht mehr Ich glaube, das ist mit 6 oder so Ich weiß es einfach gar nicht mehr, Leute So, dann mal da hinweg Oh, Lord, was ist das denn hier? Oh, 1000, was? Das ist doch voll OP Oha Ich wollte gar nicht so OP sein, das ist doch voll unfair Aber okay, ich nehm's an Ich nehm's an, ich nehm's an Irgendwann noch jemand Geld am Verschenken Guck schon, ich hab Hunger Gibt ein bisschen Geld Nee, trinke, dankeschön Für Hunger passt das Trinkgeld Yeah Geh nochmal Verhypnopilze pflanzen Weihnacht Dann war ich in der Reihe vor Hypnopilze, weil die kommen mir eh nicht hin Sieh sie ja Die schaffen es einfach nicht Das ist viel zu OP Obwohl bei denen weiß ich jetzt nicht, wenn wir mal sehen Wie es bei denen so ist Man kann ja ein paar Gräber hier noch aufpassen So, Manni Zag, zag, zag Manni Der schafft es nicht, oder? Der schafft es nicht Nee Nee, nee, nee Der schafft es schon nicht Dann passen wir da überall von der ganzen Reihe vor Hypnopilze Und wenn wir gleich den mal ausprobieren, den Unheilspilz Auch wenn er mir groß nicht aussieht Und ich wieder rausklicke Hey Das wird doch zum Running Kick, dass ich jede Folge rausklicke Ich mache das ja nicht mehr extra Das ist das Blöde Ich weiß, es nervt auch Ich wollte es gar nicht machen So Kein Manni mehr Sicher Ganz sicher Das ist viel, viel, viel sicher Supersicher Versichert 1 zu 1 versichert Okay, ich glaube schon Okay Ja Mist, da können wir nicht gegen ankommen, ne? Aber wir sind Pflanzen versichert Das ist viel besser als 1 zu 1 versichert Ich sag's euch Was habe ich eigentlich? Fiepnopilz Mein Freund und Helfer Nee, 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 nee Du kommst da nicht gut Komm, wir machen mal hier noch ein bisschen hin Zumindest ein wenig Manni Zack Ja, komm noch mal alle Gräber weg Nein, jetzt hat er den gefressen Ach was, die können den mit 1 Hubs auffressen Oh no That's not good That's not good Zwei bräuchte ich dann noch Wenn ich es bis dahin schaffen will Aber ich glaube, sie schafft es da eigentlich Schnell, fristen wir rauf Oh, warst du spät? Warst du spät? Oh, ich weiß, es ist richtig Ich hab' das schon zu spät Toll, das kann ich nicht sagen Oh, okay, war doch gut So, können wir hier nochmal Schnell machen Oh nein, ich höre die Dance Oh, ich höre die Tanzzombie schon Da sind sie, da sind sie Die Tanzzombies Ich mach' das sonst Aber ich hab' noch Sinn auszusten Was macht der? Was macht der? Was macht der? Oh, lol Oh, jetzt check ich Jetzt kann ich da keinen mehr platzieren, oder? Krass, doch können nicht beflachen Oh, okay Ah, das gibt es natürlich Alles klar Und wir kriegen einen Brief Natürlich wieder Was sind noch sonst? Und mani Hallo Wir kommen gleich auf ein Häppchen vorbei Wären Eis und Gehirnig, okay? Erstlich die Zombies Klar, können wir machen Hm, mitternachts Eis Warum nicht? Und da kommen sie Alter, alle Zombies Oh, ich glaube es hauen Nee, nee, auch schade Aber wir können es alles aufgressen Oder können wir hauen? Nee, wir können rausklicken Nein, ich will doch gar nicht rausklicken Das nervt mich selber Hat no joke Den spreche ich mir auf So, alle ja Mal stopp Stop time So, den Mal kühlen hier Okay, bei dem habe ich jetzt Angst Oh, nein, nein, nein Oder wenn sie sich das ducken Ich glaube, der duckt sich jetzt, oder? Ja, da Kommt ihr, der weint, der weint Ja Oh, der Arme Der weint hier Oh, ich wollte schon sagen Nicht hinfressen Na, hallo Geht es dir noch gut? Also echt, man Geht mal gar nicht hier So, gib mir Manni 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 ist immer gut Haben wir immer gebrauchen So, hier Weg mit dir Okidoo Ok Ein paar gehen wir weniger Super So, hier haben wir mal stop time Für euch Slash stop time Nein Sowieso Das fällt Aber irgendwie Will Genau Komm Boom Stop time Für euch Keine Bewegung Meinsernst Yeah Manni So, auch noch mehr Manni Super Machen wir hier nochmal einen Explosionspilz Damit sie alle sterben Machen wir Keine Ahnung Da nein die du ruhig sterben ja ja da ist er auch hier sehe ich hier die die löcher werden wieder das geld hier mit 4.000 noch 1.000 und dann können wir uns endlich das acht zusammen paket kaufen ich freue mich schon was die nächste nächste ort sein wird da sind sie alle gestorben fein alle mutige mani hallo ach dann nicht doch hier keine chance keine chance aber hier den kannst du dann haben wir noch mal eine bombe kapisch gern sterben alle soll das mal in ruhe der explosion sterben ja ha ha oh nein nicht du stopp halt stopp stopp untergang was auch noch steht so geht das nicht wieso geht das nicht das muss auch keine chance kommt durch da kommt durch das gibt es doch nicht das gibt es doch alter jetzt muss ich den hier machen damit sie den kühlen die sind voll gemein die zombies alter gab jetzt mehr ich kann ja gar nicht mehr ja da können wir den da hinten hinten setzen setzen wir mal ein paar slapper da hinten hin ein paar hypnopilze da können wir dann hin dazu da geht es leider nicht mehr so was machen wir sagen machen wir das ja was zur verschwendung ist jetzt egal es kann doch nicht sein dass es jetzt für immer so bleiben ist er voll der schlichte pilzer der magie ist so dass ein doof kommt der voll zu und normal hä warum zählt das jetzt nicht ok jetzt ist es weg endlich jetzt ist es ja nicht mehr was nervt ich weiß und ich werde es mir irgendwie angewöhnt langsam ein bisschen der hier sich raus klicken wieder dadurch und wir haben es durch und wir kriegen ein sind sie dort oder für denn das see rosenblatt ermöglicht dir ermöglicht dir nicht wasser pflanzen darauf zu pflanzen das ist das unser garten oder ist das jetzt unser garten weil wir waren gerade unserem garten erst folgen war das unser garten jetzt sind wir in dem vorgarten okay blablabla hätten die zombies genug von einem vorgarten jetzt ist doch nein okay dass wir es okay der vorgarten als vorhin die erste zone der vorgarten zweite war vorgarten eine nacht und jetzt das dritte ist sie der hintergarten oder gaben einfach hinten ja jetzt wollen sie sind im garten versuchen hast du kannst du diesmal keine pilze benutzen die pentax übernimmt ich ja okay ist das nicht zu dämlich ich werde schon schaffen ich werde schon packen und jetzt weiß doch wieso es ist ein rosenblatt bekommen haben weil wir die platzten passieren müssen wir haben ihren schwimmreifen wie krass die können wir eh nicht also wir können die benutzen können die rein tun aber die können wir nicht benutzen weil die schlafen nehmen wir nicht so machen wir so nicht machen so zack zack ich weiß es nicht mehr brauche ich gar nicht deshalb die so schwer sind es gibt nicht mal irgendwelche starken dabei deshalb wird das schon die musik ist das haben wir schon direkt am anfang gehört vom anfang ist die musik die zeit so kommt mit mir schnell was zum schießen sonst werde ich noch verrecken okay da kommt noch mehr okay eine walnuss noch nicht oder ich weiß es nicht lieber noch nicht oder bin ich mir auch nicht sicher. Okay, die erste Reihe haben wir fertig. Das ist so ne nice Musik, Alter. Ich feier die. So, gleich kommen wir auch Zombies ins Wasser. Die wollen noch ein bisschen planschen mit uns. Aber ich will nicht planschen, denn das ist nicht mein Job. Ich will nämlich mein Gehirn halten und nicht gefressen werden. Ihr werdet sterben von meinen Erbsenpäunen. Ja, gut, dass ich den da hingesetzt habe, weil da kommt jetzt einer. Was macht der denn? Hallo, stirbt mal. Alter, warum stirbt er nicht? Warum stirbt er nicht? Was zum Teufel, warum stirbt er nicht? Hä? Warum ist er jetzt nicht gestorben? Wurde schon sagen, du, nicht hier. Ne, 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 ich guck mal ein Geld hier, hallo. Die Musik ist nice. Oh, jetzt kommt er so, oh, das ist ne Ente. Hab ich gar nicht realisiert hier vorhin. Nicht so richtig. Das ist ja lustig. Okay, auch später noch richtig geile Wasserzombies. Weil, Zombies, genau. Wasserpflanzen, die sind. Ne, richtig nice. Das werden wir noch bekommen. Ähm. Ja, pflanzen wir doch hier einfach noch mal so hin, dann machen wir hier noch. So, dann, du, du, du. Genießen wir die Musik. Du, 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 du. Okay, oben haben wir fertig. Oh, jetzt verstehe ich. Oh nein, nein, Hilfe, Hilfe. Du brauchst noch eine. Ähm. Ähm, ähm, äh, ähm, äh, geh sterben. Okay. Oh nein, oh nein, das kommt schon die Welle. Ich bin noch gar nicht fertig. Das gibt's doch nicht das könnte mich antun oh mein gott was ist das für einer stopp kein betreten kein betreten hallo stimmt doch schon sagen du alter kein betreten das geht nicht du auch nicht du hast auch aufzuladen nein 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 du lässt es jetzt doch stopp als stopp dann gibt mir so 200 aufgerüst kommt schon macht doch gefährlich oder so und da kriegen wir für eine sie aus den bürgern das ist das matschke es ist ein kürbis was aber ziemlich grün matschkürbis zermatsch zombies beschreibung gut und damit war es auch wieder mit der folge wenn es euch gefallen hat lassen präsentiert mich sehr freuen die nächste folge wenn wir dann den matschkürbis und zweiter für leute freie scheiße weitere platz freischalten und den jemals ausgubig uns beziehen was er so macht würde ich sagen wir zu gefallen hat das so eine positive bewertung da abonnieren wäre ganz nice wenn du nicht nicht abonniert habt und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge platz gegen zombies wieder bei